Die älteste Tochter der Prinzen Harkon und Metamarit, 19 Jahre alt, nahm einen Ehrenplatz bei einem von Königin Margret veranstalteten Galadiner ein. Christian von Dänemark, der 18 Jahre alt wurde, redet weiterhin viel. Das Fest, das Königin Margarete für ihren Enkel, der in Zukunft König werden soll, organisierte, verband die am Dänischen Hof so beliebte Opulenz und das Protokoll mit einer Party für junge Leute, an der zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie teilnahmen. Eine der Prinzessinnen, die eine der prominentesten Rollen spielte, war Ingrid von Norwegen, 19, die älteste Tochter der Prinzen Harkon und Metamarit, die in Zukunft auch Königin werden soll. Die Enkelin der Könige Harald und Sonja hat eine besondere Verbindung zum dänischen Königshaus, was sich auch in der prominenten Rolle widerspiegelte, die sie bei dem großen Galadiner zu Ehren von Prinz Christian spielte. Ingrid trug ein marineblaues Kleid, die gleiche Farbe wie das Kleid ihrer Mutter, und hatte die Ehre, an dem Tisch zu speisen, an dem auch das Geburtstagskind und Königin Margarete saßen. Außerdem war Ingrid die einzige junge Prinzessin an diesem Abend, die eine Scherpe mit einem Elefantenornament trug, die Margarete von Dänemark ihr im Juni 2022 anlässlich ihrer Volljährigkeit verliehen hatte. Der Orden, den auch Christian von Dänemark seit seinem 18. Lebensjahr trägt, ist der älteste und edelste des Landes, dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Jahrhundert zurückreichen Er wird hauptsächlich an Mitglieder der königlichen Familie und an Staatsoberhäupter verliehen und gilt auf Lebenszeit, das heißt beim Tod eines Ritters oder einer Dame wird der Orden zurückgegeben. Dies ist nicht das einzige Geschenk, das der dänische Herrscher der künftigen norwegischen Königin gemacht hat. Als Ingrid getauft wurde, beschloss die Königin, ein offizielles Monogramm zu schaffen, das sie noch heute verwendet. Die Mutter von Prinz Frederik begeistert sich für die Welt der Kunst in all ihren Erscheinungsformen, darunter auch für Grafikdesign, und die enge Beziehung zwischen den beiden Familien hat eine lange Geschichte. Königin Margarete ist die Patin von Harkon von Norwegen, und es scheint, dass sich diese Verbindung mit der neuen Generation bestätigt hat. Friedrich von Dänemark ist einer der Taufpaten von Ingrid von Norwegen. Zu seinen geistlichen Beratern gehören auch König Philipp VI, Harald von Norwegen, Viktoria von Schweden, Martha Louise von Norwegen und Marie Thiessen, seine Großmutter mütterlicherseits. Christian konnte zwar nicht am 18. Geburtstag der norwegischen Prinzessin teilnehmen, wohl aber an ihrer Konfirmation, die im August 2019 stattfand. Beideein, much wahr. Golezu, Mickey,lанныеフィATE-GRAFT-MATI, wenn sie die im Laufe, schon im Jugendlichen. Sie gibt die in den 24. Geburtstag der Ordebiotidein, noch einmal im Augenblick auf eine neue Reihe, die in den 30. Geburtstag der Ordebiotidein und die in den 30. Geburtstag der Ordebiotidein. Und das ist die in den 30. Geburtstag der Ordebiotidein.